Willst du noch ein paar Tricks probieren, Skeletor? Ich brauche keine Tricks, um dich zu vernichten! Oh nein! Verdammt sei das, Mike! Sie ist ja noch schlimmer als He-Man! Nein! Ich ziehe mich jetzt zurück, bis ich einen neuen Plan habe, sie zu vernichten! Ich habe einen Plan für dich, alter Freund! Hier ist etwas für dich, Skeletor! Nein! Nein! Du knochengesichtiges Wackelgestell! Ha 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 ha!